Herzlich Willkommen zu Jagdreisen Brandenburg Ghost on Air. Wir gehen jetzt auch bei YouTube viral, um euch noch mehr Einblicke in unsere Arbeit zu geben. In unseren Videos wollen wir euch nicht nur spannende Szenen hier aus dem Revier zeigen, sondern auch Tipps und Tricks aus der Jagdpraxis und was eigentlich wirklich passiert, bevor ihr hier zur Jagd kommt. Und für uns geht es jetzt zum Ansatz, kommt doch einfach mit! Untertitelung des ZDF, 2020